Autohaven glaubt wieder fast keiner. Tja, wer auf Autohaven gewettet hat, ne? Viel Spaß mit den Coins. So, da vorne liegt eine neue Falle. Deswegen hauen wir hier mal eine Random Trap hin. Random Traps. Hüpfen hier und dort und überall. So hüpfende Fallen. Wäre doch immer super. So, die haben den Nebel erhöht. Okay. Kann man sich ja gar nicht entscheiden, aber ich gehe erstmal hier hin. Moin, Jake. Da wollte er tatsächlich den Haken sabostieren. Ha! Tja. Jake. Was soll ich sagen, ne? Ich schaff's mit dir, glaube ich, in die Pornohütte. Ja, schaffe ich das ja voll nicht weit. Und dann können wir mal gucken, ob wir vielleicht sogar eine Falle einfach vor den Eingang legen, weil wenn sie dir dann entschärfen... Oh, hier ist sogar jemand. Er wiggelt nicht mal. Er hat sein Schicksal akzeptiert, Leute. So, weil wenn sie dir entschärfen, kriege ich das direkt mit. Boah, scheiße. Und kann hinrennen. Er ist tot. Okay, er hat aufgegeben. Krass. Jetzt muss ich nur ein bisschen aufpassen, weil die Trap jetzt dort natürlich im Weg liegt, ne? Da ist keiner. Oh yeah, hier ist er. Er ist gerannt. Sie ist gerannt, Claudette. So, mach kaputt, das Ding. So, wo ist die Olle hin? Ach, kacke. Ich lege hier mal eine Random Trap wieder hin. Emreya, grüß dich. Danke für dein Follow. Boah, die sind alle mega weit auseinander, leider, die... Generatoren. Obwohl... Oh, hier ist einer. Ach. Hier war einer. Scheiße. Ich würde sie gern... In die andere Richtung jagen, weil dort habe ich ne... Wow, zwei Leute. Weil ich dort ne Trap aufgebaut hab. Okay, du kommst in den Pornokeller, theoretisch. Wenn da nicht ne Falle liegen würde, hahaha. Oh, bitte hebt ihr den jetzt nicht auf in der Zeit. Das wäre richtig lowlife, Bob, ey. Ne, ihm wird nicht aufgeholfen. So. Puh, zum Glück hab ich dran gedacht, dann können wir Jacob jetzt da runter bringen. Jetzt nur nicht in die Falle tappen. Ey, wehe, du wigglest an der Stelle, warte. Sicher ist sicher, Leute, ich geh hier außen rum. Und ich werde die Falle wieder dort oben platzieren. Nice! Leute! Sie sind in die Falle! Direkt einsammeln. Go, go, Gadgetto Grants. Ja! Seht ihr, diese Random-Fallen sind die besten. Kann man sagen, was man will. Diese Random-Fallen haben schon immer ihren Dienst geleistet, wenn ich die gestellt hab. So, hier machen wir zu. Wie gesagt, er kann die halt easy peasy entschärfen, aber das kriege ich dann mit. Und dann bin ich direkt in Alarmbereitschaft. So, machen wir jetzt Camperino-Action oder nicht? Ich würde sagen, nein. So, hier nochmal eine Random-Trap. Ja, ich hab den Perk jetzt endlich genommen, Sternchen. Weil wir die so oft ja irgendwie nicht mehr gefunden haben, weil die einfach nur rumgelegen haben. Und das war halt ein Mega-Ätzen. So, die Falle ist noch aktiv. Das heißt, Rettungskommando ist noch nicht da. Oh, zu spät gesehen. Okay, die letzte rennt hier. Okay, sie rennt weiter nach da rechts. Da müssen wir, wir müssen aufpassen, dass wir die Spur nicht verlieren. Ich renne einmal außen rum. Ist sie hier rein? Ja. Okay. Nee, warte. Ich hätte gerne, dass du nach links rennst. Weil hier rechts habe ich nirgends wo eine Falle. Oh, nice. Nice. Ah, sie hat ein Medikit dabei und es ist Clodet. Also sie wird das Medikit mega schnell benutzen können. Ha! Wieso bleibst du denn da stehen, Clodet? Wir haben es geschafft. Der Trapper hat wieder geregelt. Ja, haben wir wieder alle erwischt, ne? Gute Nacht erwischt, ne? Gute Nacht, Flo. Schön, dass du da gewesen bist. Wahrscheinlich bist du jetzt eh schon weg. Schlaf gut. So, nochmal schnell 100 Punkte abholen hier. Gute Runde vom Trapper. Ja, hat er gut gemacht, der Trapper hier. Gab schon gute Points.